hi freunde und herzlich willkommen hier war archie gaming flow wieder am start heute gibt es neueres quad building challenge ja leute ich kann es kaum glauben er hat tatsächlich heute was rausgehauen der spc ihr könnt es sehen es geht heute um die starker start spc meistere diese challenge zu clubs die gut in diese saison gestartet sind zwei tage ist diese spc verbleibend und genau um diese wollen wir uns heute in diesem video kümmern ihr könnt aber sehen heute ist leider keine facecam mit am start ihr könnt es vielleicht auch schon an meiner stimme hören ich bin ein bisschen angeschlagen deshalb heute keine facecam aber tatsächlich ich bin sehr sehr verwundert eine spc heute an diesem mittwoch die rauskommt und das ist wie gesagt die starker start spc ich bin echt überrascht ich dachte heute kommt gar nichts raus aber sie ist da eine spc unfassbar ich kann es kaum glauben dafür schon mal ein like da lassen zerstört gerne like button falls ihr supporten wollt 300 likes gebe ich euch hier raus lasst gerne auf kostenfreie basis auch gerne ein abo da road to 30k lebt ihr wisst bescheid das wäre nice wenn wir das diesen monat auf jeden fall gemeinsam rocken könnten gerne auch die glocke aktivieren so verpasst ihr keine weiteren videos und gerne eure meinung zu dieser spc in die kommentare ballern und ja ich dachte beschreibt mir gerne auch in die kommentare was habt ihr natürlich gezogen in den jeweiligen packs also ab damit in die kommentare schön an interagieren mit dem video das wäre immer sehr sehr nice und damit starten wir rein starker start wie gesagt heißt die spc und es geht halt wie gesagt jetzt um eine challenge um eine kleine puzzle spc mit zwei segmenten die wir abschließen mit und als reward bekommen wir ein seltenes gold pack nicht vorlesen ja bitte nicht vorlesen ist ein seltenes gold pack kein 50k set kein seltenes spieler pack nein sondern ein 25k set seltenes gold pack hier als spc reward besser gesagt gehen wir mal rein in die spc und schauen uns das ganze an wir haben zwei segmente wir haben bei serie a und wir haben den premier league squad haben wir einmal links genau gold spieler die wir abgeben müssen serie a spieler mindestens vier dann haben wir pionte calcio mindestens zwei spieler tatsächlich ich habe eben schon mal ein bisschen nachgeschaut ich habe keine pionte calcio spieler und die sind richtig richtig heftig gestiegen also falls ihr davon genug im verein habt den rest sehr sehr gerne verkaufen da könnt ihr richtig gut profit machen spieler mit der selben autorität maximal sechs also es gibt kein problem wir haben kein rating vorgegeben das auch wieder top und wir haben die chemie von mindestens 75 also hört sich sehr machbar an bis auf die pionte calcio spieler aber das machen wir auf jeden fall gleich anfangen wollen mit der premier league spc und da gehen wir direkt mal rein mit folgenden voraussetzungen die sehen wir jetzt hier auf der rechten seite challenge bedingungen premier league mindestens vier spieler fc liverpool mindestens zwei spieler die sind wahrscheinlich dann auch wieder gestiegen nationalitäten mindestens vier wir haben diesmal hier eine gesamtbewertung am start mindestens 78 also jetzt auch nicht zu hoch also sehr sehr machbar dann haben wir ein team schmied von mindestens 75 ebenfalls am start und anzahl der spieler im team sind elf also wir haben keine blöcke oder sowas am start und da würde ich sagen fangen wir auch direkt mal an also im tor wenn wir folgenden spieler folgenden spieler benutzen und zwar ein premier league torhüter und das ist pope in der innenverteilung benutzen wir tatsächlich unsere zwei liverpool spieler das ist einmal gommes auf der einen seite und auf der anderen seite ist das ein loverin ja und jetzt gucken wir mal kurz und zwar weiß ich ganz genau und da ist er milder ich habe noch einen dritten liverpool spieler und den werden mal kurz preisvergleich machen und ihr seht 33 ist darauf geboten ich könnte wahrscheinlich für 10k verkauft bekommen ihr seht es unfassbar unfassbar wirklich wartet gerne dass meine empfehlung an euch die geht da jetzt auf jeden fall raus ich werde jetzt wie gesagt die spc jetzt natürlich sofort abschließen weil ich das video für euch raushauen will aber ihr seht es der ist sehr sehr teuer falls ihr keine liverpool spieler habt falls ihr keine pion montag culture spieler stand jetzt habt wartet gern noch einen tag wartet gern anderthalb tage kurz vor dem ende dieser spc schließt die spc dann erst ab ja ganz ganz wichtig ihr müsst die spc nicht in den nächsten fünf minuten abschließen sondern wie gesagt ihr habt noch zwei tage zeit also milder kommt bei mir auf jeden fall schon auf die transferliste ich weiß noch nicht was für was ich den anbiete aber ich werde auf jeden fall anbieten das steht fest so und auf der linken seite geht es dann weiter mit primary spielern da habe ich tatsächlich nur im bronze spieler das reicht aber aus die namen gehen wir gleich mal kurz durch auf der rechten seite gehen wir dann in eine andere liga wie gesagt aufgrund der begrenzung und da geht es jetzt beziehungsweise weil wir maximal nur vier spieler benutzen müssen da geht es jetzt in die französische erste liga aguilar benutzen wir da auch kein teurer spieler weiter geht es dann im zentralen mittelfeld da geht es weiter mit martin den stellen wir auf die rm position im sturm haben wir dann auch weitere franzosen am start zum beispiel einen den billet und natürlich habt ihr schon gesehen ein labor so die beiden kommen da rein auf der linken seite haben wir dann auch ein spieler das ist simon oder ihn das ist eigentlich komplett egal welchen ihr da benutzen wollt und im z m ich glaube damals z m aus der liga am start und das ist wo die bush glaube ich haben wir da benutzt mal gucken ob wir da vielleicht noch ein low rate und spieler benutzen können zum beispiel den franzosen wenn wir jetzt einfach mal versuchen würde ich sagen oder ihn hier als 75er gucken mal ob das vom rating her reicht und das reicht sogar ihr könntet sehen also ihr seht es ich kann sogar ein bronze spieler abgeben dadurch dass natürlich hier die loverin und der gomez relativ hybrid sind mit 80 aber ihr habt eben gesehen selbst ein milder der ist auch natürlich teuer und auch diese spieler sind definitiv vom preis sehr oh mein gott ja wie gesagt ich glaube ihr müsst für alle fast 10k ausgeben für jeden einzelnen spieler aber auf der anderen seite macht ihr da auch wieder ordentlich profit wie gesagt wartet gerne meine empfehlung an euch falls das ganze 1 2 nachbauen wollt haben wir folgende spieler am start ihr seht 95 94 team schmiede sind hier am start und wir haben pope wir haben aguilar wir haben lovren wir haben gomez wir haben nizet wir haben mata wir haben andre wir haben chevalier dann haben wir die anderen spieler ich muss nicht vorlesen ihr seht die namen und dass der squad den wir abgeben für und damit direkt den reward am start für ein premium elektrum spieler pack also das auf jeden fall hier schon mal am start in bezug auf den pack reward und das machen wir natürlich jetzt direkt auf drei seltene sind nur drin zwölf objekte sechs davon sind silber sechs davon gold und jetzt ganz wichtig es müssen golde goldene piemontekalche spieler sein ihr habt eben gesehen an den voraussetzungen ich hoffe natürlich dass jetzt hier einer von juventus dabei ist oder vielleicht sogar noch was besseres habe ich natürlich auch nichts kriegen aber es wird rechtsverteidiger es wird ein 77er lajun ja gut also ihr seht das pack ist nicht das beste nicht das größte pack insofern überlegt euch das vielleicht macht ihr die spc auch gar nicht schreibt mir das gerne mal in die kommentare ob ihr diese spc abschließt oder nicht wir schicken checken das alles später ab wir packen erstmal sind verein und der rest kommt auf die transferliste so und jetzt muss mich kurz um die zwei piemontekalche spieler kümmern und dann sehen wir uns hier gleich wieder so freunde ich bin zurück ich habe hier montekalche spieler tatsächlich ersnipen können besser gesagt ja sie sind alle teuer sie sind alle teuer beide haben mich 9000 münzen gekostet es ist wirklich schrecklich es ist wirklich sehr sehr schrecklich sehr sehr teuer sind die beiden und zum glück habe ich zum glück habe ich wie gesagt diesen einen millner am start der würde quasi einen davon wieder reinholen wir geben die kurz hier rein und dann sehen wir kurz muss die preise man 9000 münzen für gar nicht und 9000 münzen für buffon der ganze andere rest die werden weggesnackt wie wie sonst irgendwas also es ist unfassbar ja fürs video gebe ich jetzt hier für die beiden 9000 jeweils aus also auf jeden fall kriege ich einen davon wieder zurückpreislich gesehen dadurch dass ich milder habe insofern 9000 münzen auf jeden fall bei mir hier auf der ausgebenseite ja jetzt brauchen wir noch zwei weitere serie a spieler mindestens vier müssen wir hier benutzen spieler mit derselben nationalität maximal sechs macht das ganze sehr sehr einfach und genau durch diese spieler qualität genau gold ist es halt so dass alle wirklich egal was für ein rating am start ist alle von pio monte calcio einfach richtig heftig gestiegen sind von den low rated gold karten bis hin zum 83er buffon also es ist es ist unfassbar ist echt unfassbar leute das ist ohne worte ohne worte er haut tatsächlich jetzt mal was raus ja aber dann halt so ja mit wirklich jetzt vielleicht nicht den besten packs und da kommen vielleicht zum nächsten punkt wir können uns das direkt mal anschauen und zwar können wir hier den franzosen direkt benutzen das passt perfekt hier bekommen wir folgendes zurück bonus vorschau hier sehen wir es prime gold spieler set in klein also pack mäßig sieht das ganze reward mäßig auch nicht so so geil aus ja trotzdem wenn das ganze wie gesagt jetzt hier fürs video abschließen und dann würde ich sagen gucken wir mal was wir jetzt hier am start haben wir gehen einfach in nächste liga zum beispiel in die bundesliga und werden dann einfach mal gucken oder in die liga santa der was wir so für spieler am start haben zum beispiel hier den spanier im zm haben wir ihn am start im linken flügel haben wir auch welche am start als nur leihspieler gucken wir gleich noch mal nach im sturm haben wir weiteren spanier am start weiter geht es dann mit einem zm den haben wir eben schon abgegeben auf dem rechten flügel haben auch nichts und als rechtsverteidiger haben wir ja haben wir auch wieder was sehr sehr gut und dann gucken wir was am mittelfeld so am start haben vielleicht auch rms oder lms und im mittelfeld haben wir auf jeden fall hier schon mal ein zdm oder der rechten mittelfeld spieler ist top das ist sehr und der lm perfekt leute besser geht es gar nicht packt ihr mal gerade auf die bank zack zack und zack leute besser geht es doch gar nicht also wir müssen gucken dass gold spieler wie gesagt am start sind das ist so ein bisschen tricky aber sonst muss man sagen ist es eine simple puzzle spc 90 teamschämie haben wir jetzt hier ganz entspannt erreicht und das ganze könnt ihr wie gesagt eins zu eins nachbauen wenn ihr bock hat bufond alex vidal wir haben organi de mayo nacho wir haben javi gassi ja im bula barney dann haben wir gut schwätze und dann haben wir sergio ganiola und ocampos auf der linken seite also dass der zweite squad für ein prime gold spieler set in klein also in klein ja in klein kein normales beim gold spieler set was ich bei den robots gedacht hat ich weiß es nicht so wirklich starker start eine kleine feine puzzle spc die im endeffekt euch vielleicht doch irgendwo das genick brechen könnte was das preislich und so weiter angeht sonst heute nichts weiter rausgekommen falls ihr bock habt auf die basis spcs checkt die gerne auf dem kanal ab und die folge gestrittenen spcs ich habe eine ikone gezogen aus den basis spcs checkt das also gerne ab falls ihr neu seid und dann jetzt rein zu den letzten beiden sets ja gucken wir mal was wir drin haben in dem prime gold spieler set in klein hashtag pack in die kommentare ihr wisst bescheid support ist kein mord und bekommen unsere keuze zurück das ist die große frage ip montecalte spieler und ich bin schon zufrieden 82er baumann er hat immerhin rating mehr gibt der gute mann uns aber leider nicht muss man ganz klar so knallhart sagen ja und sonst leider auch nichts wir haben a kind fan a kind ff und ja zwei duplikate jetzt geht's los mit dem seltenen gold pack in 3 in 2 in 1 let's go komm schon gönnst du oder gönnst du heute nicht dass die große frage sind die packs gut sind die packs schlecht wir sind heute als anscheinend sehr sehr schlecht und auch hier bekommen wir keine band aber bekommen seltenen und es wird natürlich güller wo geht 80er ja gut gucken wir mal haben wir hier hoffentlich hoffentlich bitte von anhold leider kein pion montecalte spieler und ihr seht drei verträge sind hier drin vier spieler ich glaube mindestens drei spieler sind hier drin wenn ihr pech habt mindestens drei spieler mehr ist hier halt wie gesagt nicht drin von anhold ist glaube ich auch nicht wirklich teuer auch nicht teuer tja leute ohne worte was sagt ihr zu dieser spc schreibt mir das gerne in die kommentare das bringt so ein bisschen coins das andere vielleicht auch ich packe erst mal in den verein und gehen da woge ich auf die transferliste das soll es für heute gewesen sein für den mittwoch ist eine kleine final puzzle spc gekommen da mein fazit muss sagen top dass der spc rauskommt auf der anderen seite muss sagen die rewards sind eher so mittelmäßig was die packs angeht ja und dann sind auch noch die pion montecalte spieler und die liverpool spieler richtig heftig gestiegen insofern ist tatsächlich die frage im raum lohnt die spc ja oder nein eure meinung gerne in die kommentare und damit reingauern bis zum nächsten mal euer flo von archie gaming morgen jetzt weiter mit dem topper team ich freue mich mal wiedersehen in dem sinne haut rein bis zum nächsten mal euer flo von archie gaming ciao leute